Hallöchen meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem kleinen Special zu Halloween. Ich bin der Yannick von Scorper LP und neben mir sitzt der Matti. Moin, auch von Scorper LP. Richtig. Und hinter mir rechts sitzt der liebe Joshua von Mr. Simri. Ja. Ja, wir spielen SCP-087-B, die Version von Gronkh. Die beiden hinter mir kennen das Spiel noch nicht. Haben also keine Ahnung. Sie wissen nur, dass es ein bisschen gruselig werden kann. Ja, hast du gesagt. Und ich wollte es ziemlich aufgeregt sagen. Und die beiden sind schon sehr aufgeregt, weil sie kleine Muschi sind. Halt die Fresse. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich kenne das Spiel natürlich schon. Wir dürfen hier natürlich die Treppen runtersteigen. Wo sind denn hier Treppen bitte? Gleich kommen Treppen. Guck mal hier, aber... Ja, und dann siehst du hier die Etage 2. Und was ist der Sinn des Spiels im Endeffekt? Ja, du gehst einfach Treppen runter und musst so weit runter schaffen, wie du willst. Äh, wie du kannst. Nein, jetzt bin ich, habe ich mich umgedreht. Das ist das Problem. Orientierungslosigkeit bis zum Spiel. Und ich spiele leider mit rechts, so spiele ich sonst nie. Aber sonst geht das mit dem Mikro hier nicht. Deswegen, oh Mann, kann man hier öfters in so große Räume und Abzweigungen und so ein Kram. Das gibt es bei der Originalversion von diesem SCP. Das wirst du denn noch sehen, Mann. Gibt es natürlich da nicht. Ich fehlt es noch nicht sehen. Oh, 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 oh. Was hast du es gesehen? Ja. Du musst es machen, ne? War das ein Bug von deinem PC? Nein, das war das Spiel, Mann. Das war ein Monster. Das war ein roter Fleck am Bildschirm. Das war wie bei einer Rube-Sendung. Das ist, ich habe ja gesagt, es ist nicht so gruselig wie Slender. Slender ist schon hart gruselig. Ja, das stimmt. Ich dachte gerade, der Bildschirm flackert irgendwie. Das kommt noch. Das kommt noch. Richtig? Du, du hast gegen die Wand. Ja, ich habe es auch gemerkt. Ich bin mit rechts, dass du gut im Spielen so. Ja, ist okay. Solange du uns hier nicht voll in Kanne, in sonst was. Sieben ist, das ist ja neu, Regen. Was hast du gehört? Ja. Ich habe nicht gehört. Oh. Ja, das Spiel will uns verarschen. Nein. Wir sind teilweise auch zurückläufen, übrigens. Also, es kann sein. Hä? Da war gar nichts. Doch, da war was. Nein. Da, da. Ich wusste, du hast schon. Von den ganzen Süßigkeiten, ne? Ja, wir waren nämlich gerade um die Häuser ziehen. Um die Häuser ziehen. Das lenk nicht ab. Und haben uns in Riesenberg-Süßigkeiten geholt, in unserem Alter macht man das. Genau. Nein, wir haben eine kleine Action. Könnt ihr das auch so nicht mehr? Ja, ich glaube, ich habe irgendwie... Das ist schon, wie kommt man dann so im Spiel? Da gibt es... Das gibt immer nur einen Weg eigentlich, aber der ist teilweise verzweigt halt. Das geht bis unendlich, aber irgendwann ist es einfach so, dass du es nicht mehr schaffst. Wir sind jetzt schon in Etage 13. Und was passiert, wenn man es nicht mehr schafft? Dann stirbst du halt, ne? Ja, aber... Ich hatte mal eine Frage, so an jetzt die Zufall hier, ne? Ja. Oh mein Gott. 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 Bei diesen 10 muss man zurückgehen. Sonst stimmt man nämlich. Was ist das für ein Schein? Alter, dann will ich gerade anfangen, die Zuschauer zu planen. Also, was ich euch frage mal, ihr kennt, dass ich nur durch den Wald gehe. es ist dunkel und ihr habt das Gefühl ihr seid ich bin einmal durch die nee lass es das ist das ist ja da ist aber kommt nichts das ist das Problem da ist einfach nur ein Fenster aus lange Weile was war denn das gerade in das aus wie Slender? ja echt das sah echt aus wie Slender manch ich weiß nicht was das war es ist einfach so das sind irgendwelche Monster die einen hier was was war das? ich dachte das kommt ein Ton aus oh mein Gott ein Schild das hatte so ein Fenster beim Fahrradfahren gedacht ja genau das hat während er Fahrrad gefahren ist gedacht dazu muss man aber sagen dass es übelst dunkel war im Wald und da ist übrigens so ein Fallgrube und sonst sind eingebaut und dann stirbt man nämlich und das will man natürlich nicht weit runter kommen kommt nochmal so ein maskierter es kann sein dass es noch schlimmer kommt oh Gott so ein Freddy Krüger na so ein bisschen langsamer gehen das macht nicht ne ich hab schon die Speed hochgedreht ey weil wenn das viel zu langsam ist wie der hier mal längs geht ja aber dann fühlt man sich ein bisschen sicherer wenn man so schleicht man kann das auch man kann die Dunkelheit auch komplett abstellen dann hat man hier dann kann man den ganzen Gang immer durchsehen aber das ist natürlich nicht weg wow warum ist das? das ist das veränder Jannik ist mir dunkel Achtung wow was soll ist das? geh weg da das ist ein Wack jetzt? nein geh weg, geh weg, geh da weg das war die Tosi von The Ring aber witzig, ich hab Angst dass hier jetzt irgendjemand drin ist nein hier ist schon niemand drin, außerdem sind wir zu dritt wir sind zwar gerade alle drei abgelegt dass wir umgelegt werden könnten aber scheiß drauf ja wir sind alt genug machen uns nicht mehr solche Sorgen um sowas Freddy Krüger kommt schon nicht wow Abzeugung, okay ich hab echt das Gefühl du kennst das Spiel auswendig nein das ist einfach so du weißt man weiß es gibt immer Abzeugung und so die sind aber nicht einfallsreich jetzt die war ganz so mein Spiel und du weißt immer wo nach du laufen musst echt so das ist Abzeugung du weißt schon dass du nicht geradeaus gehen musst weil ich hab das schon öfters gespielt und das ist nie so dass du geradeaus weitergehen musst um weiterzukommen und wenn gehst du nur um eine Auge mehr da waren Zielgesteine echt? jetzt alles voll oh mein Gott Zielgesteine du musst zurücklaufen und dann gehen sie weg 25 meine Freunde 25 was ist dein Rekord so mein Rekord war glaube ich 42 das ist schon ziemlich weit für dieses Spiel ich weiß dass Gronk in seinem Test bis bei dem normal bei der normal Version ist jetzt wieder die Sackgasse weiter bei der normal Version bis 100 gelaufen ist und da kam nicht mal im entferntes und was und deswegen hat er eine eigene Version programmieren lassen von seinem Programmierer oder einem Freund oder ich hab keine Ahnung und das ist halt diese Version hier die ist auch mit verwinkelten Gängen und so also ist einiges spannender also ich habe es irgendwie keine Lust mehr weil das viel vorhin das hat mich hier sind Geländer das wird zu toll erschreckt wenn ich will wenn ich ehrlich bin das war schon ziemlich mies ja das war zwar mies war mies war mies muss man da zu sagen wir haben jetzt gerade so ein leicht Schiss du musst nicht sagen das sind aber nur leicht ne wir sind gleich 30 gleich wenn wir die nächste Treppe runtergehen wir gehen sie runtergehen wir sind in Stockware 30 willkommen in die Tage 30 ich habe jetzt das Gefühl das Spiel ist zu Ende hau geht die Schock weg zahlt einen nicht hoch das geht immer per Zufall übrigens hören wir den Sound auch nicht so gut das muss ich vielleicht noch dazu sagen weil normalerweise kommt auch noch so wie jetzt das ist der schwarze Mann wer hat alles zum schwarzen Mann wer hat alles zum schwarzen Mann ich muss nur zurück gehen das sterben wir Entschuldigung habe ich das andere so verfleckt ich muss niemanden von Kammern also das äh der schwarze Mann das war der Stuhl nicht ich also ich wollte gerade sagen da kommen hier immer so Soundeffekte die man aber nicht hört weil bei uns ist das halt durch die Aufnahme leiser gedreht das heißt wir haben den Bonus und ihr habt die Arschkarte richtig so sieht das aus ich hasse das 33 weil wir das gerade spielen wo doch da war es auch komplett war ein Kiegel ich sitze nur dichter vor dem Bildschirm als ihr hier ist jetzt eins davon ist jetzt wieder eine Falco und ich falle bestimmt rein oder so dann ist man tot wenn man da reinfällt ist man tot der Wundern und das ist schon so weit geschafft ein Stern wie möglich Monster aber guck mal wenn du immer wieder zurück gehen kannst dann ist das doch keine Ausforderung ich habe auch vorweg warum sollst du denn zurück gehen du hast doch gerade gesagt wenn Monster kommt geht man um zwei Minuten zurück und dann wo ups du ja ich meine es ist mit Recht 36 ja genau, dann geh mal um 2 ne man geht zurück 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 nein das kommt nicht doch, das hat üblich geschwammt guck mal rein nein nein, es kann auch sein, dass man plötzlich stirbt also das ist nicht unbedingt, man kann zurückgehen man kann teilweise zurückgehen guck mal, wie wahnsinnig wir werden immer besoffener die Drogen setzen uns ankommen zu tja, Finger weg von Drogen Kinder oh, da ist irgendwas oh, es lacht habt ihr es nicht lachen gehört? oh, das ist der Teufel oder so naja, ich will da nicht hingehen so, ich hoffe euch hat dieses kleine Halloween Special etwas verspätet zwar gefallen und ja, nur ein kleines Nachwort, weil Fraps immer nicht mehr aufnimmt sobald sich das Spiel beendet und SCP beendet sich immer, sobald man verloren hat und deswegen ja dieses kleine Nachwort ja, soweit ich hoffe es hat euch gefallen und eigentlich wollten wir noch eine Webcam mit reinbauen also Webcam Aufnahme oben klein in die Ecke leider hat das nicht funktioniert weil die Webcam das nicht aufgenommen hat und ja, somit müsst ihr euch nur habt ihr euch jetzt nur das Geschrei angehört sozusagen beziehungsweise die erschreckenden Momente ich hoffe ihr habt euch selber ein bisschen erschreckt manche kennen das Spiel vielleicht auch schon und ja, das war eigentlich alles was ich dazu sagen wollte Kanal von MrSymry MrSymry wie auch immer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und schaut doch mal vorbei machen lustige Videos haben aber im Moment glaube ich passiert und ja, haut rein! Amen 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 Amen